ja hallo leute und herzlich willkommen ja ich habe lange Pause gemacht um zu einem weiteren Letzt Play Jumpin' Run ich muss mal ein bisschen Jumpin' Anbieter betreiben das ist klar und ich bin immer noch auf dem Block City zur Fahrt M Prozent ja ich werde das hier der Stelle dann eingeblendet lassen und dann ich glaube den habe ich schon gemacht aber den mache ich jetzt mal zum Aufwärmen weil ich muss mich ein bisschen ungewöhn'n auch ich hoffe das Rauschen habe ich wohne ja ich wohne direkt an der Landstraße Scheiße Kein Villager... der kleine Villager-Zombie WAS?! okay ach so cool bitte unter einen unter mir einen dicken Haufen hallo Diamanten... hallo... äh... was... äh... 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 also ja... äh... nicht ganz nachvollziehbar guuuut... zu wissen euch mein Gott im nächsten Simo so... so... oh komm zu Map2 geil ich will nicht... ich bin hier im Jumpin' Run Aufnahme... und der Jumpin' Run Aufnahme... ich bin hier in der Jumpin' Run Aufnahme... ich bin hier im Ach man, warum habe ich denn heute nie Glück? 15 Dollar. Ach man, ach. Ich glaube, das liegt am Internet. Internet. Gleich 2 Dollar. Scheiße. Meinem Kennenlern ist es anders. Ich bin's schon gewesen, doch du hast keine Beweise. Ah man, komm, leck mich. Wer braucht Kohle oder Lapisla zu leiden? Einfach draufschlagen, XD. Warte, jetzt mal jemand. Trololololol. Äh. Was krieg ich? Ich kann nicht zu hören, bereit. Ja. Ja. Ja, a, 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 jo, ja, Feuerschutz, oder? Ja. Ich nicht. Ich bin zu schlechter Tränen. Wer will, wer will, level 30 pucken? Komm, also, go, 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 go. Uuuh. Nee, ich hab grad auf meinem Kanal nachgeguckt, was ich vielleicht machen wollte. Ich wollte jetzt, ich mach ja mal, ich hab jetzt wieder was Neues. So, ne. Und dann hab, aber, das ist ja was ganz Tolles hier und so. Und das ist super klasse. Nee, aber, ähm. Jetzt müssen wir mal eine dumme Frage stellen. Und zwar, auf dem Surfer, wer ist eigentlich offline? Wer ist von euch offline? Fragezeichen, Fragezeichen. Ja, genau. Fragezeichen. Das ist Zeichen. Fünf Dollar gegen Kick. Wer verkauft denn eine Lohnroute? Nee. Aha, das ist wieder mal so ein Wichtig-Tuber. Jetzt komm ich rüber. Tada. Jetzt würde ich auch weiter auf die anderen kommen. Ich hab von ihm noch verkaufe ein Endstein. Das ist aber toll. Mit einem Endstein kann man nur nichts anfangen. Wer macht alle? Macht alle. War. Will keiner machen. Erst recht. Weil du es geschrieben hast. In den Chat. Nur weil du es geschrieben hast in den Chat. Macht das keiner. Du. Du. TPA-Namen. Jemand, ich heiße Name. Mach TPA. Hi, ich heiße Name. Mach TPA. Wie geht's dir heute? Hi, Name. Hey, du da. Was hab ich eigentlich im Inventar? Eile. Und es ist ich. Fragezeichen. Ich. Orangene Lederrüstung. Das klingt wie Free Gamer. Ist es allerdings nicht. 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 Wir haben einen Job geschafft. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Ja. Gut zu wissen. Nein. Scheiße. Mist. Ich soll ja nicht immer so aggressive Wörter sagen. Ich sag überhaupt kein Scheiße. Nein. Nein. Ich will aber nicht Slash-Wörter geben. Scheiße. Zu weit gesprungen. Wenn wir heute Niki de Pro antreten hier. Und dann haben wir großes Glück. Ciao. Ey, langsam macht es keinen Spaß mehr. Ja, also. Dann. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und Tschüss.